ok das ist ein voll für für da einmal zweimal da einmal viermal warst du es schon anscheinend schon ok zur kasse hier hin liefern und dann halt mobil kran dann hier rauf oh gott wir sind erst bei abschnitt c jetzt stelle ich mich mal da hin damit ich nach dem aufdruck schnell weg fahren kann nein halt es wäre jetzt ordentlich blöd wenn die materialien da hinten stehen eigentlich dann stellen wir uns halt eben da her das hat sogar funktioniert das brauche ich jetzt brauche ich alles schon ok das hier 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 So I'm more at Kabutome. So ein Palette Betonschlag. Einmal PVZ-Rohre, ne, halt so. Und einmal Bewährungsgitter, also da wird ja irgendwie so ein Trafo-Zeug oder so ein Wartungshäuschen natürlich noch herkommen, aber wenn ich schon Bewährungsgitter und Betonschlag höre, dann hört sich das sehr nach Betonieren an. So. Ja, natürlich. Jetzt ist der genau einen Millimeter vorne drin. Ja, okay, sagen wir zwei Millimeter. So. Zack. Einmal Leitung legen. Da oben auspacken. Beton gießen, ja, das war ja klar. So. Ich wusste es. So. Brauche ich ein Stückchen zurück, das sollte ja dann gleich reichen. So. Ja, natürlich. Kann man kein Holz drunter legen, oder? Ist zu schwer für euch. So, neuer Versuch. Na, also geht doch, mein Gott. Stellt es euch halt an. Gut. Dann klappe ich auf und beton mich herein. Komm mal in die Puschen. Was ist los? Bumm. Und einmal. Zettelsch machen hier. Ne, oder? Ernsthaft? Nein. Oh, Gottes Willen. Lauter. Schnell, schnell. Schnell, schnell. So. Gefühlen. Und los geht's. Weiter geht's. So. Passt. Und im Moment ist gegossen. Ach, das ist schon wieder. Schon wieder. Ah, ja. Gut, sicher. hacken. Und einfach, keine Ahnung. Wir haben sich hier vorwärts gesetzt. Ich bin hier unten. Aber, wenn ich mich vorwärts habe, dass sie sich herrscht, Das ist es immer wieder auf combat objetiv. die anderen sehen, aber, schlecht ist hier. Ich bin hier ungefähr. Und der Mobilkran auch noch rausschneiden. Spezialteile liefern, ja, das ist jetzt schön, ja. So. Jobs hier, Turmbau, Speziallieferung. Und wo? Wo kriege ich das her? Wo liegt das? Turmsegment. Es wäre schön zu wissen, wo das liegt. Das ist das Sägewerk. Unentdeckter Ort. Muss ich jetzt echt da alles abklappern? Also, das sind unsere Bauermaschinen. Fertigwandfabrik, da wird es wohl kaum sein. Da eigentlich auch nicht. Wo kriege ich das jetzt her? Oh, das sind die schon irgendwo? Nö. So, okay. Jetzt muss ich leider suchen. Ha, gefunden. Ha, ha, ha. Ach du heiliger. Das sind die Zeile. Und hier haben wir schon. Der ist aber klein, hä? Die Turbine hier. Das ist dann das Gelenk, aha. Wo sind denn die Segel? Egal. So. Dann erst, ach man, dann brauche ich ja da den Mobilkran auch. Komm mal. So, einmal zum Bauhof. Bauhof. So, dann kriege ich die Oli da drauf. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht. Oder vielleicht doch. So. Dann Mobilkran. Bauhof. Schnelle Reise. Das ist so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da hier vielleicht, ja, das schaut besser aus. Ja, das schaut besser aus. Okay, dann eben hinten. Bäm, oh, falsche Richtung. So, nochmal, Bäm, na doch nicht. Bäm, doch. Back. Nein, so. Ah, okay, alles klar. Ah. Ah, ich sehe, ich verstehe, ich verstehe. Und das jetzt noch 38.000 Mal. Okay. 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 Wie ist der Turm jetzt auf einmal schon so hoch geworden?